Hi Leute! So, wie ihr seht geht es jetzt schon wieder los. Diesmal bin ich allein unterwegs ohne den Chris. Wir haben das dieses Jahr irgendwie nicht so gut geregelt gekriegt mit unserem gemeinsamen Urlaub. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich nicht ganz allein unterwegs. Ich mache traditionell einmal im Jahr eine Woche Fahrradtour mit meiner Mutter, immer woanders. Dieses Jahr geht es an die Müritz, an die Mecklenburgische Seenplatte, ganz genau nach Waren. Von Waren aus starten wir sternförmig unsere Tagestouren in die leere Umgebung. Ich war zwar noch nie dort, höre aber von allen Seiten, dass es dort traumhaft schön sein soll. Ja, da bin ich gespannt und wir lassen uns überraschen. Überraschen lassen wir uns auch vom Wetter, denn wie ihr seht, ist es heute richtig scheiß Wetter. Ja, ich hoffe das wird noch besser. Wir werden in Waren in einer kleinen Ferienwohnung wohnen und uns dort selbst verpflegen. Ich habe nämlich mal gegoogelt und in Waren und auch in der Umgebung sieht es mit veganen Möglichkeiten also nicht so rosig aus. Um genau zu sein, haben wir gar nichts gefunden. Bis auf ein Naturhotel, wo man auf Nachfrage vegane Speisen bestellen kann. Wollen wir uns auch nicht so drauf verlassen, also verpflegen wir uns selber. Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. So werden wir uns die Woche selbst verpflegen und ist sowieso eigentlich das Beste. Naja, und ich habe mich bereit erklärt, mich um unser leibliches Wohl die Woche über zu kümmern. Aber ist meiner Ma schon bewusst, dass jetzt eine vegane Woche auf dem Programm steht? Hm, ich werde es gleich herausfinden. Wir treffen uns nämlich gleich am Hannover Hauptbahnhof und von dort aus nehmen wir dann den Zug nach Waren. Begleitet uns gerne auf unserer Radtour und veganen Woche in der Müre. Ach mal, du wirst sehen, die vegane Woche wird dir richtig gut sein. Was für eine vegane Woche? Ja, jetzt um eine Fahrradtour, um eine vegane Woche. Ich auch? Äh, ja klar. Wie lange waren die ganze Woche? Ich sollte mich doch um die Verpflegung kümmern. Ja. Das ist die Chance für dich, dich mal ein bisschen gesünder zu ernähren. Du wolltest auch eh ein bisschen abnehmen. Ja. Na gut, ich brauche mal viel Kuchen, mein Kiffchen, das wirst du ja nachgekommen. Naja, wenn du ein veganes Kaffee findest, gerne, bin ich dabei. Jedenfalls wirst du mich verhungern. Ich habe nämlich damals vorbereitet. Ach, ein Menüplan, vegane Woche. Ja, siehste, wirst du wohl nicht verhungern. Außerdem habe ich noch Brot gebacken, frisches Vollkornbrot. Ich habe sogar noch Riegel gemacht, Amaranthriegel und jede Menge eingekauft. Okay. Ich denke, ich würde es schmecken. Na, ich bin ja mal gespannt. Bist du bereit für unsere vegane Woche? Ja. Wie war das? Ja, bereit für unsere vegane Woche. So, wir sind jetzt hier angekommen in unserer Ferienwohnung. Die seht ihr hinter mir. Ist richtig schön übrigens. Aber es ist hier in Baren arsch kalt. Frieren so. Meine Hände sind richtig kalt, als ich hätte mir wirklich Handschuhe gewünscht. Und wenn ihr mal einen Blick auf unser Thermometer werfen wollt. Das ist unglaublich aber wahr. Vier verdammte Grad. Geht eigentlich gar nicht. Das Ferienhaus ist hier übrigens richtig gut. Also wir zahlen hier nur 30 Euro pro Nacht. Also für uns beide. Und wir haben ein ganzes kleines Ferienhäuschen für uns. Dann haben wir zwei Geschosse sogar. Also Schlafzimmer und sogar ein Fitnessstudio. Ein eigenes. Also so ein kleiner Raum mit Fitnessgeräten. Da werde ich morgen auf jeden Fall schön Yoga machen. Im Zug habe ich mich so ein bisschen erkundigt. Über Waren. Mir sagte Waren nichts. Mir sagte Müritz nichts. Das Einzige, was ich gehört habe, ist Mecklenburgische Seenplatte. Soll total sehenswert sein. Rein landschaftlich sehr schön sein. Im Zug habe ich mich so ein bisschen informiert. Ma hatte genug Infomaterial dabei. Waren ist ein kleines Städtchen. Nur 21.000 Einwohner. Und hat aber im letzten Jahr 750 Jahrfeier gehabt. Also es ist schon eine sehr sehr alte Stadt. Waren liegt direkt am Nordufer der Müritz. Und die Müritz ist der größte Binnensee Deutschlands. Und befindet sich hier in der Mecklenburgischen Seenplatte. In Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein sehr sehr schönes Gebiet. In dem es ganz viele auch Naturparks und Nationalparks gibt. Hier direkt an Warengrenzen drei große Schutzgebiete an. Der größte ist der Müritz-Nationalpark. Und den werden wir uns in den nächsten Tagen auch anschauen. Das Land hier oder die Region hier wird auch Land der tausend Seen genannt. Ich weiß nicht, ob es genau tausend sind. Auf jeden Fall gibt es hier richtig, richtig viele Seen. Die Region hier um die Müritz herum zählt zu den schönsten Orten Neudeutschlands. Und ist auch eines der beliebtesten Urlaubsziele in ganz Deutschland. Genau das werden wir jetzt auch die nächsten Tage ja erkunden. Wir haben uns oder Ma hat schon so ein paar Fahrradtouren geplant um verschiedene Seen herum. Wir müssen dann mal gucken, ob das so tagesetappenmäßig auch hinkommt. Bevor wir jetzt so ein bisschen den Ort erkunden gehen, gibt es noch einen kleinen Snack zwischendurch. Belegte Brote mit Tomatendip und Sprossen und Marmelade und selbstgebackenes Vollkornbrot. Marmel, wie schmeckt denn dein Kaffee? Naja, also wenn ich mir nicht angucke, diese Farbe, die da drin ist, ne. Du sollst ja auch schmecken. Naja, also die Augen trinken mit, ja. Fehlt mir meine Milch. Es geht. Ich habe mir ein bisschen zu stark gekocht. Ich darf mir nicht so stark kochen. Und wenn ich dann einen kleinen Schuss von dieser Sahne da rein mache. Von der Vegansahne. Sojasahne. Mal gucken, ob wir irgendwie einen Milchersatz finden, ne. Wir waren jetzt gerade einkaufen hier bei Netto und bei Edeka. Und ja, haben noch ein paar leckere Sachen gekauft. Ansonsten habe ich hier bei Edeka gerade eine coole Sache gefunden. Das kenne ich aus Hannover irgendwie nicht. Oder habe es zumindest noch nicht gesehen. Und zwar gibt es da eine Salatbar, wo man sich verschiedene Sachen einfach zusammenstellen kann. Natürlich nicht nur vegane Sachen, auch Wettbällchen und sowas gibt es da auch. Aber ich habe da was Schönes gefunden, nämlich diese Sprossen hier nehme ich mal mit. Und ja, vielleicht trägt diese Edeka Früchte auch in Hannover und Umgebung. Da zeige ich euch mal, was wir so im Einzelnen hier so gekauft haben. Also es sieht ja so insgesamt ziemlich viel aus. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob wir das alles verdrücken werden. Aber es sind schon ganz leckere Sachen. Weil klar, hier frisches Obst und Gemüse. Hier haben wir natürlich ganz viel gekauft. Dann haben wir, wir wollen halt diese Woche auch so gut es geht auf Süßigkeiten verzichten. Also eine Ausnahme haben wir hier. Madja hat ja schon angekündigt, dass sie auf ihre Milch im Kaffee nicht verzichten kann. Der so hochgeheiligte Kaffee, ja. Und von Sojamilch ist sie auch nicht begeistert. Da hat sie schon angedroht, ja, normale Milch einkaufen zu müssen. Weil ohne Kaffee geht halt gar nichts. So, da habe ich gesagt, naja, es gibt ja auch noch andere Alternativen zur Sojamilch. Probier doch mal zum Beispiel Mandelmilch oder Reismilch. Die haben wir jetzt mal eben beim Edeka geholt. Und die werde ich ihr morgen mal beim Frühstück andrehen. Mal gucken, vielleicht klappt es damit. Und vielleicht schafft es damit auch mal eine Woche lang ohne normale Milch im Kaffee auszukommen. Wir haben uns endlich entschieden, was wir heute am ersten Abend essen werden. Und es wird die Gemüse-Nocchi-Pfanne. Diese Küche, naja, ist zwar ungefähr dreimal so groß wie unsere Küche zu Hause. Weil wir haben zu Hause wirklich eine mini, mini kleine Küche. Aber diese Küche ist natürlich, klar, für eine Ferienwohnung nicht so toll ausgestattet. So muss ich halt, ja, mit so einer kleinen Pfanne eine Gemüse-Pfanne machen. Ich nehme dazu Hilfe noch die zweite, noch kleinere Pfanne, um das alles unterzukriegen. Was sehr sympathisch ist. Tada! Ein pinkes Brettchen. Passend dazu ein pink-rosanes Messer. Wie geil ist das denn? Sehr sympathisch. Meine Farben. Genau. Und zwar Gnocchi-Pfanne natürlich mit Gnocchis. Traditionell werden Gnocchis, denke ich, normalerweise mit Vollei gemacht. Also es steht bei ganz vielen, oder generell diese Teigwaren werden ja sehr oft mit Ei gemacht. Es gibt aber einige, die ohne Ei hergestellt werden. Und da habe ich eine bei Rewe gefunden. Die habe ich auch schon ausprobiert. Die sind sehr, sehr lecker. Was nehmen wir noch? Natürlich frisches Gemüse, Zucchini, Möhren, Paprika, bisschen frische Kräuter. Habe ich jetzt hier mal Petersilie gefunden. Dann zwei kleine Zwiebeln, bisschen Knoblauch dazu. Meine geliebten getrockneten Tomaten gibt es auch bei Rewe zum Beispiel. Also gibt es von allen möglichen Marken. Bei Rewe sind die relativ günstig. Ich glaube 1,50 oder 1,60 oder so. Und ich brate das gerne auch in dem Öl von den getrockneten Tomaten an. Hätte ich, glaube ich, beim Grillen auch schon mal gesagt, weil dieses Öl sehr gut gewürzt ist. Und ich mag das ganz gerne. Das ist übrigens Olivenöl und Sonnenblumenöl. Genau. Das Ganze nochmal ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer. Und dann habe ich hier noch so eine Gewürzmischung mal gefunden von Fantastic Food. Gibt es bei Edeka. Es ist eine vegane Marke. Natürlich ist Gewürz sowieso vegan. Aber das ist halt so eine vegane Marke, die bei Edeka auch andere Produkte vertreibt. Und ja, ich habe das Pizzagewürz mal mitgenommen. Und damit kann man natürlich auch super so eine Gemüsepfanne einfach mal würzen. Das probiere ich heute das erste Mal aus. So, jetzt werde ich das Ganze mal schnibbeln und euch gleich zeigen, wie es da fertig aussieht. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ich habe sogar alles in eine Pfanne geguckt. Ich habe das Ganze mitgebracht. Ich habe das Ganze mitgebracht. So, Essen ist fertig. Das wird hier kredenzt. Gemüse-Gnocchi-Pfanne. Mal gucken, wie es uns schmeckt. Na denn, Bon Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Uns schmeckt es. Tschüss. Tschüss. So, das war Tag eins unserer veganen Woche. Ja, wir sind total erledigt irgendwie, obwohl wir heute noch überhaupt gar nicht Fahrrad gefahren sind. Hundemüde, sieht man ja auch an meinem Gesicht. Aber war ein schöner Tag. Wir sind hier gut angekommen, haben eine tolle Ferienwohnung. Essen hat uns gut geschmeckt. Die Gnocchi-Pfanne war lecker. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was wir hier so alles erleben, wie wir die Müritz erkunden, wie mal ihre Mandel- und Reismilch morgen schmecken wird zum Frühstück und was wir hier sonst noch alles so kochen. Also wenn euch das interessiert, dann schaut gerne im nächsten Video wieder rein. Ich würde mich freuen. Und wir sind weg. So, das war dann unsere veganen Woche. Ey, ich bin geklärt. Ich habe gerade lacht, vielleicht habe ich das Video gerade das 20. Mal oder so aufgenommen. So, also nochmal zum Mitschreiben. Das war Tag eins. Das war Tag eins unserer veganen Woche. Klappe die 21. Und jetzt lass mich hier in Ruhe aufnehmen.